Seid bitte so lieb und tu mir wirklich den Gefallen und trag wenigstens jetzt mal ein bisschen Verantwortung, okay? Weil du bist schwanger. Ey Leute, ist mir noch ein Braten in der Röhre. Oh nein. 100 Punkte, bitteschön. Hast du jetzt alles, was du wolltest? So eine Mini-Röcke fallen definitiv raus. Das wird mir einfach alles viel zu viel. Ich weiß. Sieht mega schön hier aus, wahr? Hammergeil. Steht davor, hier heiraten. Der 13.9. ist frei. Ich habe wirklich mehr als genug gesehen. Das ist ja der Hammer. Ich buche das Ding jetzt einfach. Es tut mir schrecklich leid. Der Team ist vergeben. Auf unser Kennenlernen. Und auf diesen Rucksackdieb. Ich meine, ohne den würde ich ja gar nicht hier sitzen. Und wie lange wohnst du jetzt schon alleine? Acht Jahre. Wie alt bist du denn? 28. Jetzt nicht gedacht, oder? Was ist denn jetzt los? Flirtet Pia gerade mit Felix? Bin ich ihm wirklich zu jung? Ich muss los. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Amelie. Berlin Tag und Nacht. Montag bis Freitag 19.05 Uhr bei RTL 2. Jetzt schon vor TV-Ausstrahlung die aktuellen Folgen streamen. Nur auf TV-Now.